Musik Moins und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Keep Talking and Nobody Explodes Weil beim letzten Mal ging es ab hier ziemlich schief Und deswegen probieren wir jetzt, nachdem Max es hoffentlich mal wieder schafft, gut klar zu kommen Probieren wir jetzt nochmal die Bombe Max, bist du bereit? Äh, ich könnte breiter nicht sein Alles klar, dann würde ich sagen, gib ihm Okay, das Screen is for you eyes only, bla bla bla, unwichtiger Scheiß Ich werde das mal ausdrucken, das demnächst Okay, ich habe zwei, wir fangen mit den Y-Ein an, okay Ich habe sechs Teile, drei gelbe, kein rotes, geht gleich zum roten über, okay Ich, ich, ich frage dich jetzt, äh, also, kein, kein gelbes hast Ich habe drei gelbe, das heißt, die ersten beiden kannst du überspringen, ich habe aber kein rotes, das heißt, welche Position? Ähm, hast du mehr als ein weißes? Nein Ähm, kein rotes? Kein rotes und ich, und kein rotes, ein weißes Äh, dann das letzte Okay Richtig, wir haben wieder sechs Strippen Ein rotes, drei blaue, ein schwarzes, ein weißes Kein gelbes? Nein Ähm Jetzt geht's nach der Seriennummer, ja, ob die ungerade ist, ja, sie ist ungerade Welches? Okay Dritte, ne? Ja Richtig Ähm, ich habe einen roten Button, der mir sagt, press Ähm, warte, muss ich erst mal finden Oh Gott, Bitch Welche Form hat der Button? Rot, auf dem steht press Okay, halt den Button gedrückt und sag, welche Form du siehst Ähm, bis es in vier und eine Position ist Äh, hättest du das nicht eine halbe Sekunde früher sagen können Okay, warte Acht, sieben Sechs Fünf Vier Richtig Nächstes, ich habe Ich habe einen gelben Schalter, auf dem Abort steht Ähm Abort hast du gesagt Ja, und der Schalter ist gelb Brauchst du irgendwelche technischen Daten, wie viele Batterien oder sowas? Gelb ist auch Ja, der ist gelb und auf dem steht Abort Okay, dann, äh, halb gedrückt und sag, welche Form? Blau Bist eine vier, ne? Ja Richtig, entschärft Ich habe Symbole Ich habe ein C mit einem Punkt in der Mitte Ja Das B mit dem Strich Den Kerzenständer Und dieses Paragrafen-Teil Okay, Kerzenständer Ja B, C, Paragrafen Richtig Ich habe nochmal vier Symbole Das gespiegelte C Mit dem Punkt? Ja Das gespiegelte C mit dem Punkt Das umgedrehte Y mit dem Strich Warte Ich will es gerade Äh, ja Habe ich, okay Dein vorhin beschriebenes N, bei dem es so ein großes Fiasko gab Ja Und dann noch so einen HL, wie du mir das vorhin beschrieben hast So ein komisches Ach, das nur mit dem Strich unten Das sieht aus wie so ein J, L, wenn auch so ein Strich runter geht für so ein angefangenes, noch ein kleines J Wenn du verstehst, was ich meine Okay, okay Ja Verstehe ich als Abs Y Ja, richtig N Äh, ja, richtig Dann, dann, das, was du gerade beschrieben hast Entschärft 1,33 Oh Leute, wir sind gut, wir sind gut, wir sind gut, wir sind drinnen Wir sind dabei, wir sind dabei, Leute, wir sind dabei Das war ja noch einfach, die nächste Pumpe ist ja jetzt Puh, okay Wir haben es geschafft Halleluja, Alter, das bockt richtig, ohne Scheiß, Leute, wenn ihr das anguckt, das Spiel bockt einfach mega Aber es ist, glaube ich, besser, wenn wir das Spiel zusammen in einem Raum spielen, als bei Computer Äh, wir können es das nächste Mal bei dir spielen, wenn du willst Ja, weil das bringt mehr, weil wir sonst immer eine Bombe mindestens doppelt entschärfen müssen Ist doch egal, wir nehmen einfach abwechselnd auf, ist ja nicht schlimm Okay, also Ähm, ich habe vier Module und drei Strikes auch, die ich schaffen darf Alles klar? Ready? Ja Go This screen is for your eyes only Übrigens, wir haben herausgefunden, weil dies interessiert Odd heißt auch ungerade Ja Ich habe drei Kabel, mach dich bereit Ein rotes, ein schwarzes, ein gelbes Oh scheiße Rotes, schwarzes, gelbes Ja Das letzte Richtig Ich habe ein Labyrinth Die grünen Punkte sind einmal bei drei Oh Gott, warte, warte, warte Wir machen lieber Symbole erst, zuerst, okay Zuerst die Symbole, wenn du es hast Ja, warte, du bringst mich aus dem Konzept Zuerst die Symbole Ja Also, flache 6 Äh, äh, ähm, ja Dieses IX-Zeichen Paragraph und dieses H mit diesem Dreieck und diesen Strahl, die da unten rausgehen Okay, 6 Ja Paragraph Ja H Ja Und Rest kannst du weg Ja Okay, ähm, zurück zum Labyrinth Ich Habe das Labyrinth mit den Warte, 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 warte Ja Ja, ja, such ruhig Ja, ich bin da Also, mein ein grüner Punkt ist bei 3, 2 Und mein anderer ist bei 5, 6 Warte Okay, habe gefunden Okay Okay, also, mein weißer Punkt befindet sich bei 3, 1 und ich muss zum Punkt 3, 5 Also, du bist bei 3, 1 Ja, und ich muss zu 3, 5 Und du musst zu 3, 5 Okay Also, dann 2 nach links Ja Einer nach oben Ja Nach rechts Ja Nach oben Ja Nach links Ja Nach oben Ja Nach rechts Ja Ja 2 mal nach oben Ja Nach rechts Ja 2 mal nach unten Bin schon da Okay, wir haben was Neues Ich habe ein Screen, auf dem wer steht T-H-I-I-R Und unten drunter 6 Plätzchen Auf denen steht next, aha What, hold, you are und you Pass auf Du musst jetzt suchen nach diesen Teilen Auf dem, wo oben steht wer Und dann musst du mir sagen, wo das Auge ist Dann sage ich dir ja dran, was da steht Und dann musst du weiter runter suchen Wo das dann auf diesen Planellen steht Alles klar? Warte, ich bin noch Also, sag mir mal, wie das Ding aussieht Pass auf, du hast oben so ein Screen Auf dem steht der T-H-I-I-R Und unten drunter 6 Begriffe In 2 mal 3 System Du musst jetzt nach so einer Tafel suchen Wo, äh, wo diese 6 leer sind Und auf dem der oben drauf steht Ich, weil, ich glaube, das heißt, äh Who's on first oder so Bitte guck mal, ob du das findest Ach so Hast du das? Mein Begriff ist there T-H-I-I-R Ja, read the display Magst du noch 2 Minuten? Ja Ähm Okay Wo ist das Auge? Welche Position? Kurz sagen Kurz knapp Ähm Rechts In der Mitte HOLD Mein Begriff heißt HOLD H-O-L-D Jetzt runter scrollen, bis du den Begriff HOLD findest Und sag mir die Reihe nach Die Zahlen oder die Begriffe, die du dort findest Okay Beeil dich 1,40 Warte, 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 warte Warte, warte, warte HOLD Okay You are Hab ich You Ja, ich hab's, ich hab's, ich hab's Nächster Begriff Mein Screen heißt You are Okay Jetzt muss ich wieder hier oben gucken, oder was? Ja Ich muss das dreimal schaffen Okay, wieder Äh Okay, äh Rechts Das letzte Also rechts unten Äh J-U J-U-U-Apostroph-R-E Also You are J-R-U-Apostroph-R-E Bitte beeil dich Okay, You? Äh Ein U Oder J-U-U Also Y-O-U Y-U-U Hab ich nicht Weiter Ähm You are Also You are Mit Apostroph-R-E Äh Ja, hab ich Bitte jetzt Beeilung 40 Sekunden Ähm Ich habe You are Wieder Selbe wie gerade eben Ähm Dann wieder rechts unten Das ist Halt H-O-L-D Halt Äh, äh, äh You are Äh, nein, hab ich nicht You Nein Also U Nein Dann Nein Uh U Us U Uh Nein U Nein Du Mit U R Ja Nein 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 Äh, 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 fuck Fuck, fuck, fuck Ich werde so verkackt Ich werde sterben Komm Ja! 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 Du wolltest, Lisa ist gerade aufgenommen, bitte nicht stören. Ja! Jawohl! Das kannst du ins Bestes aufschneiden, ja? Ich hab mich verklickt und dann hab ich einfach random geraten. Eine Sekunde übrig, ein Leben, oben nichts geklickt. Es war richtig Bombe-Defused. Halleluja, Leute! In diesem Spiel kommen wirklich wahre Emotionen auf. Es tut mir wirklich leid für diesen Ausraster gerade. Trotzdem hoffe ich euch, dass es... Warte mal, wir haben jetzt eine Bombe gemacht, oder? Ja. Halleluja, ich glaub, wir müssen da gleich auf jeden Fall noch eine zweite mit dranhängen. Okay, wir haben drei Minuten. Ach du Scheiße. Aber trotzdem, schlimmer als das gerade eben, kann es eh nicht werden. Also würde ich sagen, Max, bist du bereit? Ähm, breiter könnte ich nicht sein. Alles klar, dann würde ich sagen, gib ihm. Halt dich bereit. Ich sag dir gleich, wohin du als erstes gehst. Bitte halt dich mal bei den, ähm, Strichen bereit. Also bei diesen Codes. Okay, wir haben ein Simon Says. Ein... Okay, bitte geh gleich zu diesen, äh, Teilen drauf hier. Zu den Symbolen. Bereit? Warte mal, was? Die Symbole. Die Symbole. Ja, okay. Ich habe das umgedrehte Fragezeichen. Warte, 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 ich sub-Code. Äh, 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 ja. Ich habe den Smiley. Ja. Ich habe das, äh, Apostroph, also dieses P, dieses gespiegelte P. Und das IX. Okay, erst das P. Ja. IX, Fragezeichen. Okay. Ich habe ein Simon Says Ding. Warte, kein Strike, ne? Nein, kein Strike. Mal, mal, das Gelbe blinkt auf. So, wenn das... Ach, warte mal. Äh, wer ist... Ob jetzt ein Vokal in der Seriennummer ist, ne? Ich habe S, I, G. Ich habe ein Vokal drin, ne? Ja. Okay. Ähm. Was, äh, welches blinkt? Gelb. Okay, dann drückt grün. Falsch. Eins Strike. Das, es blinkt jetzt das, ähm, Gelbe immer noch. Wir haben jetzt einen Strike. Das, äh, äh, dann Rot. Wieder falsch. Dann geh bitte runter zu Non-Vokal. Guck, ob du... Ja. ...hast, weil S, I, G ist zwar richtig, aber ich glaube, das ist gerade das Falsche. Wir gehen einfach zum Anderen jetzt. Wir haben jetzt zwei Strikes. Beeilung. Ähm, Rot. Es... Richtig. Richtig. Es geht, es blinkt jetzt Gelb-Blau. Ähm. Rot-Grün. Richtig. Und jetzt blinkt, warte. Gelb-Blau-Grün. Gelb-Blau. Rot-Grün, was ist das Letzte? Rot-Grün-Blau. Habe ich. Gelb-Blau-Grün-Gelb. Ähm. Also Rot-Grün-Blau. Ja. Rot-Grün-Blau. Grün. Verkackt. Boom. Scheiße. Komm, geben wir ihnen jetzt noch einen Retry mehr, das von gerade eben das Glück, das kannst du kaum noch herausfordern. Wir hatten eh noch noch 27 Sekunden, das hätten wir eh nicht geschafft. Wir waren zu langsam. Max, wir müssen uns jetzt mehr beeilen. Ready to get back? Ähm. Egal, halt die Fresse, es geht los. Okay, also wir haben Drähte. Sofort zu den Drähten. Einen weißen, einen... Zwei schwarze. Drei Drähte, einen weißen und zwei schwarze. Ähm, ist da... Äh, weil... Ähm, äh... Nur ein Weißer. Weiß? Nein, der Letzte ist schwarz. Okay, einfach das Letzte durchschneiden. Falsch. Wie viele Drähte hast du? Der zwei... Der Vorletzte war es. Ist jetzt egal. Wir haben jetzt einen Strike. Also ich habe wieder einen Simon Sesting. Ich habe einen Strike in meinem... Teil ist... NSA. Ha, die NSA. Ha, 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 ha. Ich habe einen Vokal drin. Nein, nicht, nicht, was dort steht. Das ist halt... Ist das echt... Weil was steht denn dort? Das hast du auch die richtige Seilnummer. Ach, das war dann mal die Seriennummer. Warte, V00EQ5. Jetzt ist einer dabei, ja. Ja. Okay. Okay. Äh, ein Strike, es bringt... Es blinkt gelb. Ähm... Dann rot. Richtig. Das nächste. Gelb, grün. Rot. Was kommt dann? Rot, blau. Richtig. Gelb, grün. Ähm... Gelb, grün, grün. Rot, blau, blau. Und... Gelb, grün. Grün. Rot. Gelb, blau, blau. Und... Ähm... Gelb. Falsch. Zwei Strikes. Okay. Was blinkt? Gelb, grün, grün, rot. Ähm... Blau... Gelb, gelb, grün. Richtig. Wir haben wieder, was ich vorhin gesagt habe. Wo wir es so ver... Ja, ich habe Read. Schnell. 45 Sekunden. Schnell, schnell, schnell. Ich habe Read. Äh, äh, äh... Äh, äh... Äh, mit Double D, ne? Ja. R, E, E, D. Schnell, 30 Sekunden. Äh, unten links. Äh, unten links. U-H-H-H. Das schaffen wir nicht. Äh... Max, U-H-H, schnell. Also, ready. Nothing. Left, watch, okay. Yes, right, no. Press play. Ja, yes, es war, yes, es war, yes. Egal, ich muss jetzt zweimal raten. Wir haben es verkackt. Verkackt. Wir haben zu lange bei Simon Says gebraucht. Let's start try jetzt. Danach ist Let's Play Ende. Ich hatte noch drei Sekunden. Ich musste raten. Let's start try. Wir haben drei... Ne, vier Drähte. Einen roten, zwei blaue, einen schwarzen. Äh... Äh, nochmal die Farben. Rot, blau, blau, schwarz. Weites. Richtig. Äh, wir haben wieder dieses Wortteifelchen. They are. T-H-E-Y-A-R-E. Also, Leertaste. T-H-E-Y, Leertaste A-R-E. Schnell, was brauchst du? Schnell, 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 schnell. Wir müssen uns jetzt richtig beeilen. Das war diesmal knapp. Ähm... Links, Mitte. You are. J-U-U, Leerzeichen A-R-E. Ähm... You are, also... Ohne Apostrophen und alles. Ähm... Wie jetzt? Also, J... Ich hab hier You are, aber... Also... J-O-U-R. Hab ich nicht. Weiter, schnell. Next. Nein. Nein. U-H-H-U-H. Nein. Nein. What? Nein. Doch, hab ich... What bin? Fragezeichen? Ja. Scheiße, das war's nicht. Der. T-H-E-I-Y-U-S-E-E-T-H-E-I-R. Schnell. Jetzt. Äh... Rechts, Mitte. Like. Okay. You are mit Apostrophen. Nein. Next. Nein. U. Ja. Wir haben... Schnell, 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 schnell. Äh... You are. Y... Also U-R. Einfach nur U-R. Ähm... Rechts, Mitte. What? Fragezeichen. Ähm... You hold your... Warte. Äh... You hold hab ich. Nein. Du musst dann genauer ansagen. Äh... Okay. Wir haben Sie. S-E-E. Zwei Strikes jetzt. Schnell. Das haben wir aber, glaube ich, schon verkackt. Äh... Unten rechts. Unten rechts. U-H-H-H. Also U-H-H-H. Äh... 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 Okay. Ähm... Okay. Ready. Nothing. Left. Nothing war's. Schnell, schnell, schnell. Alter, wir haben... Äh... Wir haben der. T-H-E-R-E. Äh... Ähm... Rechts, unten. Uhu. Also U-H-Lehrzeichen. H-U-H. Ähm... Also nochmal. Äh... Dasselbe wäre da. Dann... Verkackt. Tut mir leid. Ich hab's verkackt. Ich war zu nervös immer wieder. Wir hatten wieder nur noch so. Äh... Wir hatten mal wieder. Timer remaining. 9 Sekunden. Wir hätten's nicht mal geschafft. Egal, Leute. Wir hören uns dann fürs nächste Letztheure. Ein bisschen unter Verstärkung. Beziehungsweise ich probier's nochmal mit dem Max jetzt. Und da würd ich sagen, wem das Video bis hierhin gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonnieren jetzt kostenlos nicht vergessen. Für Fragen, Kritik und etc. Bitte alles in die Kommentare, wir sind für alles offen. Und ansonsten würde ich sagen, uns hat nichts mehr zu tun, als uns jetzt zu verabschieden. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao. Magst du auch noch? Ciao. Tschüss.